Dabei dem Publikum gefällt's, doch jetzt kommen wir zum Finale. Zunächst zur Fußtechnik. Es wird ja halbe halbe bewertet, also 50% Fußtechnik, 50% Akrobatik. Und wir sehen hier das Spitzenpaar in der Fußtechnik, die Franzosen. Michael Angara und Dorothee Plampin. Die Fußtechnik dauert nur halb so lang wie die Akrobatik, nämlich eine Minute. Und da ist perfekte Schritttechnik, exakter Grundschritt gefragt. Bewertet werden auch noch hohe Kicks, Abstimmung zur Musik. Also das ist so quasi die Pflicht in der Rock'n'Roll Akrobatik. Ja und mit dieser perfekten Vorführung in der Fußtechnik schaffen sich die Franzosen eine ganz gute Ausgangsposition für die zweite Runde im Finale, für die Akrobatik. Und da zeigen wir Ihnen gleich das erste Paar, Peter Fenkel und Birgit Hartmann aus Offenbach in Deutschland. Passen Sie auf, gleich zu Beginn folgen zwei Doppelsalte. Zunächst aus dem Petterini ein Rückwärtssalto doppelt. Und gleich darauf die Gegenbewegung ein Vorwärtssalto doppelt. Perfekte Akrobatik der beiden Deutschen. Hier jetzt der doppelte Vorwärtssalto. Also, die beiden Deutschen haben im Moment sicherlich das schwierigste Programm, was die Akrobatik betrifft. Wir stechen auch immer wieder durch Kombinationen, die sie selbst kreiert haben. Da haben sie selbst Würfe verbunden. Ganz einzigartig dieser Eingang zur Dylaine, eine Doppelschraube. Enorm kräftig Peter Fenkel betreibt Rock'n'Roll Akrobatik bereits seit 15 Jahren. Und seit zweieinhalb Jahren tanzt er mit Birgit Hartmann und feiert mit ihr jetzt die größten Erfolge. So waren sie bei der Europameisterschaft in Schaffhausen zuletzt dritte. Auch ein perfekter Todessturz. Peter Fenkel wirft seine Partnerin immer sehr hoch. Dadurch hat sie genügend Zeit, die Figuren zu beenden. Noch eine Kugel. Ja, eine fast perfekte Übung der Deutschen, vielleicht zu perfekt. Bei ihnen ist halt die Akrobatik groß geschrieben. Hier nochmals der Vorwärts-Doppelsalto. Und dann die Doppelschraube mit anschließender Dylaine. Ein Spitzenplatz ist dem deutschen Paar sicher, aber es kommen noch fünf Paare im Finale. Eines davon, das italienische Paar, Riccardo Tesserin, Daniela Cozza, Rock'n'Roll Akrobatik-Insidern, längst ein Begriff. Die beiden haben bereits 1987 den Weltmeistertitel gewonnen. Und auch bei diesem Paar müssen sie auf den Anfang achten, denn auch hier gleich zwei Doppelsalto. Nicht ganz so perfekt wie das deutsche Paar zuvor, aber bei ihnen sieht man dafür mehr Ausstrahlung. Im Unterschied zum deutschen Paar zuvor fällt allerdings auf, dass Daniela Cozza nicht so viel Zeit hat wie Birgit Hartmann, die Füße daher nicht schließen kann, um schneller zu drehen und mit den beiden Drehungen fertig werden zu können. Dabei hat Riccardo Tesserin eigentlich einen Vorteil mit seiner Partnerin, denn sie ist extrem klein und leicht. Hier geht es ein perfekter Rückwärtssalto gestreckt. Auch Riccardo Tesserin ist viel sicherer geworden als früher. Ausstrahlung hat er ja schon immer gehabt, aber er hat sein Temperament nicht immer im Zaum halten können. Doch mittlerweile hat er dazugelernt, ist ruhiger geworden und gehört wieder zur absoluten Weltklasse. Bei der Europameisterschaft in Schaffhausen waren die beiden Zweite. Hier bei der Weltmeisterschaft in Wien wollen sie unbedingt den Weltmeistertitel holen. Und erstmals wieder nach vier Jahren mit diesem gelungenen Programm haben sie gute Chancen dafür. In Zeitlupe nochmals der Rückwärtssalto, nämlich der Doppelte, nicht ganz sicher gelandet. Sie hat ein bisschen zu wenig Platz gehabt und hier der Tesserin, eine Kombination, eine Spezialität der Italiener, die auch nach Riccardo Tesserin benannt ist. Das nächste Paar kommt aus der USSR, Pavel Gavrikov und Irena Tokareva. Wie die anderen Paare zuvor haben auch sie die schwierigste Figur gleich zu Beginn. Bei ihnen ist das allerdings nur ein Doppelsalto. Und zwar rückwärts. Ja, und da haben die beiden einen Taktfehler. Jetzt schwinden sie sich wieder hinein. Das kann große Punkteabzüge geben. Jetzt dafür wieder eine perfekte Doppelschraube, eine Spezialität des Paares aus der USSR. Ja, man sieht, dass die beiden nicht so souverän tanzen, wie etwa Deutsche oder Italiener zuvor. Sie sind an sich ein Paar, dass auch die Österreicher Erlacher und Zauner normalerweise schlagen können. Hier ein Todessturz. Doppelschade, dass die Österreicher aufgrund der Verletzung von Karin Zauner nicht ganz fit antreten konnten. Denn wenn man sich dieses Paar anschaut, da hätten die Österreicher durchaus auch im Finale mithalten können. Sechs Paare sind im Finale. Das polnische und das slowenische haben ihr Programm nicht so gut durchgetanzt wie die Paare, die wir ihnen bisher gezeigt haben. Hier noch eine Kombination am Schluss des Programms, das ja zwei Minuten dauern soll und acht akrobatische Figuren beinhalten muss. Pavel Gavrikov und Irena Tokareva aus der USSR. Ja, sie müssen jetzt auf die Wertung der Punktgerichter warten, ob sie für den Taktfehler Abzüge bekommen. Ja, der Rückwärtssalto. Auch hier hat Tokareva die Beine nicht ganz geschlossen. Gelungen allerdings dieser Todessturz. Nun zum großen Favoriten. Michael Anguera mit seiner Partnerin Dorothee Blampin aus Frankreich. Die beiden haben seit über einem Jahr alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Vom Masters über Weltcup, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Sie sind auch hier in Wien. Das zu favorisierende Paar. Allerdings ein bisschen aufgeregt jetzt Dorothee Blampin. Sie hat gesehen, was die Paare zuvor geboten haben. Und weiß, dass das Programm jetzt perfekt sind. Erste Figur war gleich. Gut eineinhalb Salte mit Todessturz. Jetzt ein Rückwärtssalto mit Käskerre und wieder Todessturz. Schwungvoller Beginn der Franzosen. Sie kommen aus der Nähe von Lyon und sind seit fast fünf Jahren in der Weltspitze. Sie ist mittlerweile 18. Er ist 20 Jahre alt. Sie riskieren nicht so viel wie die anderen Paare, zeigen keine Doppelsalti. Sie bleiben lieber bei ihrer sauberen Akrobatik hier eine andere Wittelfigur, die Krawatte. Und sie bestechen mehr durch ihre Ausführung und vor allem durch ihre perfekte Technik, was das Rock'n'Roll-Tanzen betrifft. Panzerisch sicherlich das stärkste Paar in der Wiener Stadthalle. Ob es allerdings vom Schwierigkeitsgrad her reicht, denn bei Ihnen ist die Akrobatik nicht ganz so hoch zu bewerten wie bei Deutschen oder Italienern, weil der Doppelsalto fehlt, das werden wir dann gleich sehen. Dorothee Blamper und Michael Anguera, das war ihre Zwei-Minuten-Kür. Warten wir jetzt, was die Wertungsrichter zu den Paaren sagen, hier aber nochmals die Zeitlupe, eineinhalb salte die rückwärts in den Todessturz, dann sehen wir noch den gehockten Rückwärtssalto und noch eine dritte Figurenzeitlupe, der Todessturz mit Schraube. Schwierige Aufgabe für die sieben Wertungsrichter, sie müssen jetzt die Platzziffern vergeben, da gibt es zweimal Platzziffer eins für die Italiener, Riccardo Tesserin und Daniela Cozza, das Publikum ist nicht ganz einverstanden, denn die Italiener haben sie zu ihren Lieblingen auserkoren, aber der zweite Platz ist den Italienern sicher. Jetzt die Franzosen Michael Anguera und Dorothee Blamper, und bei ihnen wird gleich fünfmal Platzziffer eins aufgezeigt, daher sind sie wie im Vorjahr Weltmeister in der Rockenhol-Akrobatik, sicherlich vor allem aufgrund der perfekten Fußtechnik, denn die zählt ja ebenso viel wie die Akrobatik. Weltmeister in der Wiener Stadthalle, also Dorothee Blamper und Michael Anguera, ganz knapp vor Riccardo Tesserin und Daniela Cozza, den Italienern. Bronze geht an Peter Fenkel und Birgit Hartmann aus Deutschland. Vierte das polnische Paar Novak Lipka, fünfte dann das Paar aus der UdSSR, Gavrikov Tokareva, da hat es also doch Punkteabzüge für den Taktfehler gegeben, und sechste Marinko Tursic aus Slowenien. Das nächste Mal Rockenhol-Akrobatik gibt's nächstes Jahr, die Weltmeisterschaft der Formationen. .